Hey Leute! Willkommen zu einer Runde, wo du er probierst. Wir spielen heute wieder ein Level von allen. Ich habe gerade schon mal eine Runde aufgenommen. Eure Level. Und ja, dann ist das Aufnahmeprogramm mittendrin. Beide Aufnahmen abgeschmiert. Das ist mir noch nie passiert bei Open Broadcaster. Aber es gibt halt immer ein erstes Mal und deswegen muss ich jetzt leider nochmal von vorne anfangen. Und da ihr in letzter Zeit relativ, oh Gott, wenig Level produziert habt, erstellt habt, dachte ich mir, okay, komm, warte ich einfach wieder und dann machen wir das beim nächsten Mal. Oh nein, oh nein. Und ihr müsst die unbedingt, unbedingt Leute, wenn ihr wollt, dass ich die hier spiele, irgendwie mit glp.tv benennen. Ansonsten sehe ich das ja nicht. Ich suche ja gezielt danach. Oh nein, oh fuck. Was? Wie kann man sich denn da dann den Kopf abbrechen? Das ist ja noch nicht mal nur ein Genickbruch, das ist ja eine Enthauptung gewesen. Boah, scheiße. Oh nee. Flieg! Ah! Ja, flieg. Oh, ja, flieg weiter. Immer fliegen. Oh ja. Oh ja, ich mag fliegen. Komm! Ah, Mann. Ich verstehe es einfach nicht. Wie soll ich das hier schaffen? Manche Level schaffe ich einfach nicht. Manche Level sind ja wundschafbar. Gehe ich die falsch an oder bin ich behindert? So. Ja, genau. Genau so. Ja, okay. Nicht unbedingt so. Das war aber schon fast richtig. Ich kann, glaube ich, auch einfach das hier überspringen. Okay, ich habe keine. Doch habe ich noch. Komm. Ja. Also ich denke, wenn ich direkt am Anfang schon einen Arm verliere, dann kann ich nach Hause gehen. Das bringt mir dann gar nichts. Ja, komm, komm. Nicht wieder den Kopf brechen. Oh mein Gott. Nicht schon wieder. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh. Ist zwar nicht gemeint mit dem... Der Block da verschwindet gleich wieder. Vor einem Block. Das Teil verschwindet gleich und dann kannst du weitermachen. Ist echt toll. Aber man landet ja irgendwie immer wieder anders. Nein. Oh. Scheiße. Komm. Die fest. Die fest. Die fest. Oh ja. Heute Abend um... Oh nee. 18.30 Uhr kommt wahrscheinlich ein... Let's Flash. Mal so als Run-Info. Oh nein. Und... Äh... Habe ich gerade morgen gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall heute um 18.30 Uhr kommt ein... Let's Flash. Und... Und... Dann... Übermorgen kommt... Vielleicht... Etwas... Oculus Rift mäßiges. Was ich immer noch nicht aufgenommen habe. Aber ich hoffe, dass ich es bis dahin dann gemacht habe. Und dann... Wird es bestimmt Call. Yeah. Komm. Komm. Ja. Ich schaff's. Hui. Nein, 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 nein. Ey. Wie ich das hasse, ne? Ich hab schon ganz oft gesagt. Gib mir bitte eine Funktion, womit ich die Gelenke wegschießen kann. Das ist so behindert. Wenn er einfach... Weiß ich nicht. Irgendeine Scheiße noch da am... Am... So... So ein Restarm kleben hat. Und sich dann da dran festhält. Alter, hätte der mich noch da... Nicht... Oh Gott. Nicht dahingeschlupst, dann... Hätte ich es auch nicht geschafft. Ich hab's heute aber auch mit dem reden. Manchmal kann ich einfach kein Deutsch besprechen. Ich verstehe selber nicht, warum. Festhalten. Nein. Oh Gott. Ja, 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 ist okay, ist okay. Noch lebig, noch lebig, noch lebig. Hui. Appelie, wecken, fleisch. Und jetzt? Ah. Einfach runter. Einfach, einfach runter. Nicht mit dem Kopf voran. Das ist gefährlich. Oh, Gott sei Dank. Oh. Das war ein geiles Level. Das war echt gut. Das war echt gut. Matrix Low Motion 3. Bald im Kino. Nee. Da hab ich die Zeitlupe optimal genutzt. Leute. Sag's euch. Ich kann fliegen. Nein. Nicht in den Schritt. Dum 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 dum. Da könnte man echt was cooles singen kriegen. Dum 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 dum. Wenn man nicht allzu behindert ist. Dum 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 dum. Oh, schlimmer kann es doch gar nicht mehr laufen. Komm, komm, komm. Ja. Dum 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 dum. Aber. Ich glaube es ist sogar echt gewollt. Dass man halt in der Mitte durch geht. Ich weiß so nicht wie das klappen soll. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen zu locker easy. Wie macht man das denn? Ich drücke nach rechts, das bringt nichts Ah, ich kann mich umhauen und dann strecken Irgendwie, das geht bestimmt Ja, aber dann lande ich ja Wieder drüber Ach, schade Ich glaube, den Wunsch, den Traum kann ich mir nicht erfüllen Ist ein bisschen traurig Oh ja, Babys werfen Oh nein, warte So CC Shift Yeah Noob Ah Achso, Shift natürlich Ah, hui Okay Yeah Flick Ja, um mein Gott zu kriegen ist aber echt nicht schwer Komm Na, Death Ja, das Baby hat's überlebt Und die restliche Familie stirbt dann eben So schlimm ist das auch nicht Hey Ich kann mich ja eigentlich auch noch festhalten, ne So drüber nachdenken Ah, fuck Komm Flieg Kill Sister Oh nein Sie hat's überlebt Sie hat zwar was im Schritt Aber Das hatte sie vielleicht vorher auch schon Hoi Genau das meinte ich Wär das cool Nein Oh mein Gott Warte mal Müsste eigentlich noch gehen Ich bin ja noch lange nicht tot Ninja Baby Ninja Baby Bum 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 Aua CC Hoi Ja, das Ninja Baby hat's geschafft Boah, bin ich cool Bin ich vielleicht cool Basketball by Brook Loslassen Ja, ich hab ein 180-60 gemacht Das war schon Nicht getroffen Ja, gut Dann nicht Aber warte mal Hab ich gerade eigentlich richtig getroffen? Ich denke mal Vielleicht gibt's auch kein Ziel Keine Ahnung Rob Swing Version 2 Oh, das sieht schön aus Ach man Wenigstens mal verschiedenfarbig Das Der Kontrast ist irgendwie mal Schön Nein Oh Komm Yeah Ah, halt dich doch fest Aber nicht so stark Dass du dir die Arme ausreißt Guck mal Schon wieder Der mag dat Also Ich kenn geilere Fetische Oh nie Nein Weil es Lahnarme Och Fuck Mit der Musik geht's direkt Viel besser Ja Wie das Baby Bin das Baby Muss mich lieb haben Mama Papa Bruder Schwester Kennt das noch einer? Ich glaub das findet man sogar Wenn man nach Binders Baby sucht Die Dinos Damals auf Super RTL Super RTL War damals richtig toll Komm Ja komm Na fuck Ich dachte der Schwung reicht Hätte ja wahrscheinlich Aber wäre ich besser abgesprungen Wie soll das denn gehen? Is this Überhaupt possible? Ich weiß es nicht Schreibt es jetzt in die Kommentare Possible oder nicht? Komm Spring doch Ach man Komm jetzt Oh man Dieser Schwung ist nicht gut für mich Komm Ich probiere Ich probiere zu sehr von einem Zum anderen Zu springen Aber ich glaube Ah okay Okay Ja Oh man Ich kann doch nichts dafür Wenn er da rum Backt Komm flieg einfach Schaffst Du Bastard Und wundere dass ich da jetzt nicht die Arme Ja genau Halt dich wieder an deinem Arm Anstatt dein Leben zu retten Und dich irgendwo anders festzuhalten Ist schon okay Ist schon okay Ja Komm Mit Dem Kopf Da rein Und das Teil funktioniert natürlich wieder gar nicht Ich hasse das Spiel Nein Körm 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 Ertig fest Ertig fest Bitte Bitte Ja 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 Oh ja geil Nicht mit dem Kopf voran Nicht mit dem Kopf voran Hä Das backt ja jedes Mal rum Wie soll ich das denn machen Wenn das immer rumbackt Verstehe ich nicht Also ich denke mal Dass es rumbackt Ah ich hör noch nix Ich warte jetzt gerade Dass da schon mal alles explodiert Ah toll Komm Explodier Ah jetzt geht's Ah ja Okay Das Ist ein bisschen übertrieben Ich habe Mich in drei Teile aufgeteilt Okay Finde ich gut Finde ich Okay Ähm Schwerter werfen Ja Ja Ah Na immerhin Justin Bieber Haben wir auch gekillt Ach Ah Da hinten ist da noch einer Ah okay Ich hatte zwar noch genug Schwerte Um das zu schaffen Aber Das waren mir einfach so schlechte Versuche Genau so muss es laufen Genau so Ja Toll Noch 50 Schwerte übrig Ja das ist ja Sehr geil Und mich sogar noch selber erstochen Das muss man erstmal schaffen Ich lebe zwar noch Aber Ich glaube nicht Dass ich das Allzu lange überleben werde Sir Epic Bar Ich mag das Spiel Meinte der Typ Tod Nein 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 Abwehr 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 Das probieren wir jetzt Nein ich gewinne Ah fuck Sogar doppelt gewonnen Ja Ah Das war knapp Das war knapp Tod Nein Na shit Man kann das Schwert auf jeden Fall Abwehren Ja oder einfach überleben Shit Nein ich schaff's nicht mehr Oh cool mit ein bisschen Glück Komm ich da noch rein Oder auch nicht Ah ich glaube Nicht unbedingt Obwohl Ah ne Okay Flieg In den Tod Ah das war ein richtig Guter Ansatz Guck mal Ich hab sogar schon eigene Kleine Challenges Oh fuck Das soll mich einfach gar nicht treffen Das wird tot Nein ich gewinn Hast du es zu gewinnen Ey Immer gewinn ich Help Nein Nein Alter kannst du mal bitte Schwert abwehren Aber Ah Mist Jetzt kann ich auch nicht mehr gewinnen Komm drei Versuche noch Nein Alter Ah Nein Ich will nicht gewinnen Ach danke Okay Okay Versuch eins Die anderen zähle ich natürlich nicht dazu Versuch zwei Nein Oh schade 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 Schokolade Lecker Und warum kann man jetzt nicht noch was runter Zählt wahrscheinlich beides für das einzelne Schwert Aber man kann es auf jeden Fall abwehren Den Tod Und dann ist man ganz sicher Ganz sicher ist man dann Ja 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 But run Das machen wir noch Oh ne Oh Gott ey Das war schon mal ein richtig Schlechter Ansatz Lieber So rum Dann klatscht man nicht so Fett nach vorne Gut Ich würde sagen das war Wenn nicht wenn ihr den Pub bewerten würdet Wir sehen uns dann heute um 16.30 Uhr bei TTT Und um 18.30 Uhr Höchstwahrscheinlich bei einem Netzflash Und wie gesagt Dann wahrscheinlich übermorgen Äh Bei einem Spiel mit Oculus Bis dann Tschüss LLL Bis dann Bis dann Tschüss ixel